so leute es ist soweit das finale wartet von am2a die königin die queen und wir sind dann auch gleich schon da da kommt dann saut die blut auf ich bin auch schon so gespannt wie sie aussehen wird ich will auch mal nicht so viel lagern dass man einfach mal das finale ein bisschen genießen kann so so Ich habe die Schöne geparretter, was er? Ich habe die Schöne abgeholt. Ja, mein Lieben, es war mir auf jeden Fall eine Freude. Mit euch dieses Game durchzuzocken. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein super geiles Remake. Ich kann es nur weiterempfehlen. Also wirklich ehrlich. Ich habe mir auch nochmal vorgenommen, alle Bosse immer vorzustellen. Aber jetzt erstmal ist es soweit. Auf am Sound könnt ihr erkennen. Sie wartet. Da kommen Erinnerungen rum. Auf gehts! Ah! Da ist sie! Oh, ja! Das war mir für Foto. Ich bin der Geist. Ich hab einen Geist. Das ist eine Geist. Das kann man sich dem Fall sehen. Dann sind die Geist. Ich hatte ein Geist. Das kann man das Geist. Ich hatte das Recht. Ich bin der Geist. Das ist verletzende. Der Werte ihre Geist. Das war's für heute. 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 Okay, back, back, back. Okay. 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 Oh, ja, mein Name ist genug. Okay. 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 Come, Sean. Okay. Der war auf einige Hips aus. Boah, was? Jetzt ist aber ein Sport hier. Boah. Wir haben sie. Krass, wir haben's geschafft. Jawoll. Geil. Ah, die Explosion war jetzt grad ein bisschen mittig. Aber nun gut. Das war doch mal... ...echt... ...geil. Na? Ach, ist das geil. Ach, ist das geil. Ach, ist das geil. Ja, das war's mit AM2R. Eventuell folgt ja noch mal ein weiteres Let's Play von mir. Aber zunächst werde ich mich jetzt erstmal um andere Projekte kümmern. Ja, und dankeschön, dass ihr das alles ertragen habt. Dieses schlechte Spielen. Mit Tastatur. Aber nun... Es hat ja geklappt. Dieses schlechte Spielen. Mit Tastatur. Aber nun... Es hat ja geklappt. Ja. Ach, ist das ehrlich. Ach, ist das ehrlich. Ach, komm ich hier hinten raus. Was ist denn hier? Ja. Ja. Vielen Dank, Kai, für das Game. Ich bin... ...festig cool geworden. Ich bin begeistert. Ich kann's nur weiterempfehlen. Ich kann's noch tausendmal sagen. Es hat super viel Spaß gemacht. Und freue mich auf... ... eine nächste Runde. Wenn du da bist. Haut rein. Und genieß das. Ja, da haben wir es... Ja, da haben wir es... ...viele Menschen wieder dabei. Und... ... Sim ist auch mit dabei. Azima-Zim-Kar. Hahaha. Für Promo-Art. Ja. So. Ich mach da mal aus und... ... setz mich an die nächsten Projekte. Wir sehen uns. Haut rein. Die letzte Metroid ist in Kapitivität. Die Galaxie ist in Frieden. Herzlich. Einfach herrlich. Einfach herrlich. ... ... ... ...